Horst, ich habe das Gefühl, dass wir zweimal, ja, dass wir zweimal unsere alte Männerfreundschaft, unsere gute Zusammenarbeit, unsere politische Zufallsbekanntschaft, ich habe das Gefühl, dass wir zweimal aussprechen müssen. Ohne Arbeit, ohne Stress, ohne Zeugen. Ohne Zeugen, verstehe. Wirst mich jetzt ums Eck bringen wegen dieser Journalistengeschichte in der Rätschule. Kaspi, wo denkst du hin? Ich dich nur, nur weil du mich beleidigt, entehrt und gedemütigt hast. Nein, nein, dafür fehlt es mir an, wie heißt das Wort? Größe. Krimineller Energie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020